Guten Tag meine Leute, willkommen zurück zu Sonic Generations. Ja, 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 es ist lang. Ja, ich, 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 ich fucking weiß, ja. Äh, HiShadow, also es geht. Ich wollte dich jetzt eigentlich nicht... Ich weiß nicht, wo wir sind und es ist mir egal. Hier mach ich dich fertig, Sonic. Okay. Ich mein, why not? Awesome. Okay, äh, HiShadow, ähm, how do I fuck you up? So? Cool. Whoa. Okay, Shadow, du... Kommst du jetzt mal... Ah, ja, Chaos Spears oder was? Oder was auch immer das ist? I don't know. Ernsthaft, ich... Komm her. Ey. How do I fuck him? I don't know. Whoa. I don't know. Ja. Ich hatte nämlich null Ahnung, gerade wie ich, äh, Shadow Guard fuckte. Muss ich immer einfach rum? Oder was ist das? What is that? Hä? Ah. I think I need to collect those. Glaub ich mal. Ich mein, was weiß ich schon. Whoa. Shadow fuck off. Oh, na witz. Okay, wo ist das Teil? Fuck off. Oh, na witz, Shadow. Fuck off. Shadow. No. Pfff. Na komm. Yeah. Power up Sonic. Triff Shadow mit Meteorit, nur mit zu verlangst, und schub sie ihn mit den... Schubber? Oh. Achso, okay. Awesome. Okay, ich muss also jetzt Shadow mit dem Meteoriten treffen, um ihn langsamer zu machen, um ihn dann mit dem fucking Turbo eine rein zu hauen, okay. I think I understand. Äh. Ich glaube, ich müsste alle mehr Terroriten treffen, oder so. Ja. Ah, da ist Turbo da vorne. Okay. Geh mir, geh mir, geh mir, geh mir, geh mir. Turbo! Boom! Yeah. Also, gut. Äh. Ich verstehe das nicht so ganz im Moment, aber... Das liegt anscheinend an meiner gigantischen Dummheit. Und wir wissen doch, wie dumm ich sein kann. Ey, Shadow, verpiss dich. Verpiesel dich. Oh, jetzt. Yeah. Na fuck, jetzt hat der einen Power abgefahren. Äh, der hat's noch gut. Nun, dann hole ich mir halt das Zweiter von mir aus. Danke. Oh, nein, dann hole ich Kante, oder? Okay. Okay, da ist das Nächste. Oh, das wäre sicher gut, wenn ich das mir hole, weil dann sonst wäre Shadow im Angriff. Fuck off. Fuck off. I can do tricks, you know. Yeah. Okay. Fuck off. Danke. Fuck off. Oh, ne Witz. Fuck. Nun, so geht's. Na komm. Los. Yes. Okay, also jetzt. Tritt ihn mit Meteoriten und schubst ihn mit dem Turbo. Okay. 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 Yeah. Uh. So? Oder wie? Ja, I don't get it. Ich versteh's nicht. Oh, jetzt. Und jetzt muss ich in den mitten, wenn er keine Ringe hat. Ich versteh's nicht. Ah, super. Fucking hell. Bitte schnell schreit, okay. Was hat mich gerade gehittet? Okay. Cool. Ja, und ich spiele einfach Shadowsteam-Musik, natürlich. Ich mein, gut. Warum nicht? So. Und. Ja, okay. Äh. Ich habe noch immer keinen Plan, was ich hier wirklich tun muss, aber okay. Einfach null Plan. Oh, hey. Äh. Ich bin noch immer planlos, nur wenn ihr das wisst. So, wirklich komplett. Ich bin noch nicht. Oh, hey. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht allein. Okay. Fuck. Habe ich's geschafft? Ist er tot? Ist er tot? Okay. Danke. Yeah. Das wird jetzt der ekelhafteste Rang ever. Eh? What? How the fuck? Ah? Ähm. What the hell? Nun, Chaos Emerald wenigstens. Yay. Okay, aber trotzdem. City Escape muss ich machen. Und... Ja. Also machen wir das mal. What's this? Ähm... Fett of the bread. Psychedance und äh... Okay. Nun? Einfach nur Skateboarding? Hm. Wegen meinem Fail bei Shadow wird das jetzt sicher ein extra langer Part, aber hey. Zur Rückkehr von... Fail. Zur Rückkehr von Sonic Generations ist es, glaube ich, bissl passend. Und hey, City Escape ist ein gutes Level für viele Sonic-Fans, also freut's euch erst recht. Und Shadow ist auch ziemlich gut received von vielen Sonic-Fans. I guess. Und Skateboarding ist cool. Okay, ich versuch grad... Wow! Ich versuch grad echt, mir einfach Gründe aus dem Arsch zu ziehen, um recht zu rechtfertigen, dass dieser Part lang ist. Oder lang sein wir, ich weiß ja noch nicht, wie lang das sein wird. Okay. 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 Fucker dich, ich... So bin ich eh schneller. Wer braucht schon Skateboards? Fastest way to travel is by Sonic. Er ist rein? Okay. Cool. Na, das war ja... Awesome. Okay, Concept-Darts, komm, her. Ich hol mir mal der Schlüssel. Der Ressen. Yeah. Okay, machen wir jetzt gleich etwas mit Modern Sonic. Ah, Cream. Helfende Hand hier erhältst du nur von Cream-Ringe, erreiche das... Ah, fuck. Die wird mich jetzt sowas von abfucken. Ich seh's kommen. Ich helfe dir mit den Rungen, Mr. Sonic. Zurück in die Y-Taste, wenn du mich hauptst. Ähm. Stop. Ah. Ach so, da vorne. Well. Ist das irgendwie Creams Theme-Song gerade? Oder hat die überhaupt einen Theme-Song, die Olle? Was weiß ich schon. Well. Well. Radical. Ja, das war's. Gib mir mal die Ringe, ja. Ciao, Kacka. Oh, jetzt. Okay. Äh, Ring bitte. Danke. Nun, es ist vielleicht nützlich, so Rings on Demand zu haben. I guess. Vielleicht. Ich mein, was weiß ich schon. Aber lustig, dass beide von diesen Toren... ...äh, irgendwas mit, äh, Boarding zu tun haben. Interessant. Oh, das war's mit Boarding. Und jetzt haben wir einfach Enemy-Killing. Ist mir recht. Bam. Na, fuck. Ich muss sagen, die Grafik haut mich von diesem Spiel immer noch weg. Ich weiß nicht. Ist einfach noch immer Mind-Blowing. Wie gut das ausschaut, ich weiß nicht. Ich mein, das liegt vielleicht daran, dass ich die ganze Zeit nur Mega-Mitspiele, aber okay. Naja. It looks really good. Autsch. Äh, Ring bitte. Danke. Aber muss ich jetzt alle Gegner besiegen? Na doch nicht, äh, aber nur die Schwitsche. Okay. Dann rennen wir mal. Woooo. Und ich mag das Konzept. Ist ganz nett. So, Rings on Demand zu haben. I guess. Äh. Oh, Music. Marble Zone, äh. Okay. Äh, gehen wir wieder zu Classic. Zurück. Donnerschild, da rennen Sie mit den Donnerschild um diese... Okay, muss ich gerne dann erstmal Marble Zone. Na, why not. Okay. Donnerschild. Ah, der gute Doppelsprung. Na, wie ich den vermisst habe seit, äh, fucking... Oh, okay. Ah, okay, der schützt mich. Ah, ich hab diesen Doppelsprung vermisst, den seit Sonic Colors. Äh, ich meine, natürlich Sonic 3 und Darkus, yeah. Ja, okay. Woooo. Ich mag's aber, dass mich der wirklich vor Donnergefahren schützt. Das gefällt mir. Natürlich nicht vor Stacheln, aber okay. Äh, warte mal. Spindash! Woooo. Ah, okay. Marblesone passt hier überhaupt nicht, aber... Autsch. Äh. Oh! Hi! Schön, dich zu sehen. Okay. Also, ich hab gerade eben gesehen, es ist wirklich nützlich, einfach immer den Donnerschild bei sich zu haben, weil... Speedruns. Yeah. Okay, mit ein bisschen cleverem Jumpen kann man sicher die Uhr da kriegen. Cleveres Jump, hab ich gesagt, nicht dämlich rumfliegen wie ein Idiot. Da ist ein Unterschied, ja? Nicht, dass ich das wissen würde, aber okay. Naja. Ah, fuck mit. Ernsthaft? Was ist los mit mir? Okay, whatever. Ey! Sag mal... Okay, ich stelle mich gerade elendigst blöd an. Okay. Und... Das ist fair. Nicht. Jump. Fucking hell. Ah, fuck. Äh. So. Bonk. Just do that. Ah, Feuer gefahren. Nun, damit kann ich mich nicht schützen. Könnt ihr mir ein Feuerschild oder so weggeben? Nein? Okay. Okay. Also, mir gefällt, dass die einen hier diese Doppelsprungfähigkeit so einfach zeigen. Hm. Ja. Ist ganz nett. Yeah. Äh, nein, nein. Oh, mal, ciao. Danke. Warte mal. Geil. Nein! Gott, dammit. Gott, dammit. Get me up again. Aber nein. Nein, ich will nicht zu Shader. Ich will nicht zu dem. Geh mir weg mit dem da. Okay. Mein Sprungknopf stirbt so langsam. Merk ich. Okay, whatever. Und... Modern Sonic. Rase doch alle Sprintringe und erreichelt das Ziel für... Okay. Alle Sprintringe. Mega Saga. Oh. Ah, ich sehe, was die meinen. Okay. What? Was ist das? Ah, okay. Okay. Nun. Wenn ich mich ein bisschen besser anstellen würde... Ah, ich muss echt durch alle. Jetzt hätte ich den Counter dort erst. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Well. Oh. Hey, Stacheln. Schön, dass ihr mal vorbeischaut. Oh, 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 okay. Äh. Oh. Okay. Verdammt. Verdammt. Oh Gott, bin ich dumm. Okay. Probieren wir das nochmal. Yeah. Ja, du nicht. Okay. Spikeball. Okay. Äh. Timing. Etwas, was ich nicht kann. Schön. Boom. Yeah. Jetzt hier runter. Das sind Stachel. Das sehe ich wenigstens. Danke für die Warnung. Danke für die Warnung. Charmy Bees. Sweet Honey... Sweet Honey Butter? Was? Okay. Und jetzt 3D, weil... Yeah. Ah. Yeah. Okay, äh. Sonic Heroes. Ah, awesome. Okay. Back to Classic. Und Rouge. Einfach Bombe. Rouge wirft mit Bomben. Pass auf, Andreas. Ah. Die Olle, ey. Ich weiß auch nicht, wann genug ist. Das Ausschnitt, yo. Also, es ist kein Rennen gegen... Okay. Es ist kein Rennen gegen sie, aber sie nervt einen die ganze Zeit. Okay. Oder ist es ein Rennen? I don't know. Gott verdammt. Geht doch. Oder auch nicht. Geht. Woo. Diese Wippen sind, glaube ich, das eigentliche Hauptgame. Und Rouge ist einfach nur darum, eins abzufacken. Erstens, die Bomben könnten genauso gut einfach Stacheln sein. Und... Es wird nichts anderes. Aber hey, wir müssen Charakters benutzen, weil... Dann, die Fanbase will love them all. Vor allem, wenn die in dem Level nerven. Ja, danke. Ach. Okay. Also, das könnten genauso gut einfach Stacheln sein. And no one would notice. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Autsch. Autsch. Feuer. Okay, ein bisschen tricky Jumping hier. Ah ja, ich kann ja nicht tricky Jumping machen. Gut. Ernsthaft, ich muss mir echt mal merken, ich spiele nicht Mega Man. Gott damn it. Wo bin ich? Was? What? Okay, das war dämlich. Pff. Yay, Konzertart. Well. Äh, okay. Äh, komme über Horizontal des Stangen und zum Ziel eher die Zeit ab... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Mein Ohr juckt, fuck. Das ist Handicap. Aha. Okay. Okay. Also, einfach nur eine Timing-Challenge, ne? Interessant. Sag mal, mein Sprungknopf. Ohne Witz. Irgendwas ist mit dem. Oder auch nicht. Oder ich bin aber nur dumm. Ah, fuck. Oder mein... Oder... Es ist etwas mit meinen Sprungknopfen los. Ah. Ja. Ich meine, manchmal funktioniert es und manchmal will er einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Jep. Was war dumm. Okay. Heum Gatekack. Und... Jep. Und... Heum Gatekack. Und Heum Gatekack. There we go. Boom. Ah, fuck. Wow, gerade noch so an den Stacheln vorbei. Gut. Well. Okay. Und hoch. Und sterbt. Und will. Und du stirb auch, bitte. Okay. Ah, okay. Ich, ich, ich höre... Ich höre den Go-Ring. Ich höre ihn. Da ist er. Er ist Rang? Yeah. Route 99. Äh... Sonic Advance 3? I guess. Glaub ich mal. Tritt gegen... Okay, Route 99. Probieren wir mal nach. Wo ist das? Ja, das ist, glaube ich, auch Sonic Advance 3. Ja, das ist einfach nur Clusterfuck-Level. Bis jetzt. Ja, bis jetzt sehe ich ja nur Clusterfuck. Clusterfuck-Level. Okay. Okay. Clusterfuck-Level. Und... Clusterfuck-Level. Okay. Hey, Jackpoint. Yeah. Okay. Okay. Ein bisschen platforming. Und... Speed. Speed. Okay. Danke. Danke. Danke dafür. Danke dafür. Okay. Okay. Das war dämlich. Okay. Und... Bam! Wuuu. Der Gegner. Der Tod. Schön. 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 Oh yeah! Yeah! Awesome. Ja, das ist es. Äh... Oh! Oh yeah! Pfff! Pfff! Ja, genau. Äh... Oh! Pfff! Sehr tricky platforming jetzt. Uff! Pfff! Jetzt da hoch, da hoch. Äh... Oh, ein Checkpoint! Okay. Woah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Äh, fuck off! Äh, ja. Wie gesagt. Fuck off! Wie gesagt. Fuck off! Just... Oh mein Gott! Nein, nicht die Speed Shoes! Bitte nicht! Ich verpiss mich hier! Good fucking bye! Puhuhuhu! Okay, B-Rang, whatever. Das ist nicht so geil hier. Und... Komm zu da! Komm her! Dann halt nicht! Komm zu da! Well! Und Modern Sonic Time... Gegner? Kann er schießen und bewegen sich schneller? Ah, schön! Schön! Okay. Und ich kann nicht hoch springen, oder was? Und trotzdem bin ich auch schnell, nur damit ihr es wisst, Gegner. Pfff! Well... Okay. Also einfach nur kill die Gegner? Solche Missionen mag ich, ich weiß nicht. Yeah! Das ist nicht die beste Lösung, einfach den Gegner rein zu dashen. Na egal. Wuhu! 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 Pfff! Kein Gegner hat eine Chance gegen mich, weil ich habe Homing-Attacks. Für Classics-Honiger ist vielleicht ein Problem, aber okay. Well... Oh mein Gott! Oh mein Gott, was mache ich da? Bin ich behindert? Und die kurze Antwort ist... Ja! Ich bin... Oh mein Gott! Wuhu! Hör mal! Ich lebe gefährlich. Sowas von. Right there, right on! Aus... Was? Where'd that come from? Sonic... Rush? Oder Rush Adventure? I don't know... Es kommt mir bekannt vor... Kann ich mal... Kompetent sein? Oh ja, nein! Stimmt! Okay, das ist dann Seaside Hill, ne? Ja, okay. Boing! Äh... Okay, zwei noch? Okay. Federn überall! Hüpfe über sie zum Ziel! Ehe die Zeit abläuft... Okay. Oh, warte mal, warte mal! Habe ich überhaupt die, die, die... Habe ich jetzt die Glocke darüber geleitet? Anscheinend. Okay. Also, Federn überall! Hüpfe zum Ziel! Let's do it! Ah, fuck! Ich habe mich auf Leute... Ah, fuck it! Okay. Einfach nur boing, boing! Boing, das Level? Okay. So dämlich! Nun, hoffentlich mögt ihr den Sound-Effekt! Wird schon! Boi-ong! Boing! 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 No! No! Goddammit! Ah, Bonus-Zeit, okay! Boah, perfekt im Takt! Das würde ich nie hinkriegen, wenn ich versuchen würde! Oh, Gott! Oh, hey! Boah! Sprungknopf! Ja! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Okay. Äh... Aua! Das kommt weh! Und... Was? Muss ich jetzt... Muss ich jetzt... Äh... Ja, genau. Was... Muss ich tun? Ah, okay! Von der anderen Seite! Gott, wer kommt auf den Scheiß? Ich nicht anscheinend! Pff! Na gut, was erwartet ihr? Ich bin dämlich! Okay! Bisschen Farbe zurück! Schön! Schön! Äh... Konzept! Nein! Konzept.com! Back! Wo sind Sie? Du f***! Wo ist die f***? Du f***! Ah! Okay! Und... Eine Challenge noch! Und dann ist das Video vorbei! I guess! Okay! Und jetzt muss ich auf Right Here Right On wechseln, einfach mal! Okay! Was haben wir hier? Äh, Doppelgänger? Okay! Äh... Da! Los geht's! Okay! Let's... Let's race! Yeah! Yeah! Okay! Okay! Wo zur Hölle ist mein Doppelgänger? Ja, ohne Witz! Wo ist der? Ach, da vorn! Junge, was machst du dort? Yeah! Nennt sich das Abkürzung oder... Oder einfach nur nichts? Anscheinend nennt sich's Abkürzung, weil ich bin jetzt vorhin... Aber auch nur... ganz knapp! Nun, jetzt muss ich mal aufpassen und hoffen, dass ich's hinkrieg' Erstmal gerade Gegner-Homing-Attacken und... Well! Okay... Well! Bam! 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 Well! Nun, ich weiß wenigstens, wo ich hin muss nach... oft genug durch das Level-Spielen Oh yeah! Das war cool! Well! Well! Awesome! Autsch! Fuck it! Okay... Bunk! Bunk! Äh... Plattform! Bewegt euch! Schneller! Bewegt euch! Whoop! Oder ich bin einfach dumm! Genau! Okay! Okay... Autsch! Jetzt aber... Dieses... Feed-Off-Bauen gegen den Truck auch noch! Oh Gott! Ja, ja, ich dash eh schon! Ich dash ja schon spielen! Ah, danke! Okay... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What's early ist mein Doppelgänger noch? Der ist ja noch... Am Marsch der Welt! Oh mein Gott! Oh... Boy! Oh mein Gott! Oh... Oh mein Gott! Oh... Oh... Ich dash doch schon! Oh... Oh ja, das... Das ist... Das... That happened! Oh Gott! Hohohoho! Immer wieder cool! Vor allem wenn man das Spiel ein halbes Jahr nicht gespielt hat! Yeah! Puh! Das war ein Frir! Und die Farbe ist hier auch wiederhergestellt! Awesome! Okay, ich würd sagen... Im... In the next part... We do... The Seaside Hill! Because... Yes! That's what we do! Dieser Orca da hinten freut sich schon voll darauf! Anscheinend! Freust du mich? Okay... Und... Wir sehen uns dann! Bis dahin! Auf Wiedersehen!